Praktisch ist es unmöglich, Widersprüche im Koran zu finden. Und wisst ihr, das Verrückte ist... Thema, Widersprüche im Koran. Erstens, was wir angucken, was hängt an der Frage? Zweitens, was ist denn eigentlich zu erwarten und was finden wir vor? Was ist überhaupt ein Widerspruch? Dann gibt es wieder ein Disclaimer von mir und es gibt eine Reihe praktischer Beispiele. Jetzt, was hängt an der Frage? Erstmal hängt der Koran dran. Und am Koran hängt der gesamte Islam. Warum? Der Koran stellt sich sozusagen selbst eine Falle. Da heißt, denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Also, der Islam hängt an der Frage, ob der Koran Widersprüche enthält. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist denn viel? Was ist denn viel Widersprüche? 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100? Was ist viel? Und warum überhaupt viel? Wie viel Widerspruch darf denn dann was haben, damit es noch von Allah ist? Und was ist denn mit Widerspruchsfreier, mit anderer Widerspruchsfreier Literatur? Zum Beispiel Mathematikbücher sind im Normalfall komplett widerspruchsfrei. Oder selbst, ich vermute, selbst Werke von großen Literaten oder großen Literaturschaffenden, wie Tolkien zum Beispiel. Ich vermute, dass die so gut ausgedacht sind. Der hat ja teilweise für Herr der Ringe eigene Sprachen entwickelt und so. Nur für eine Romanreihe eine eigene Sprache entwickeln, mit eigener Grammatik, eigenem Allen und so. Schon echt verrückt. Ich vermute, dass das auch so gut durchdacht ist, dass es widerspruchsfrei ist. Also, was ist mit der anderen Widerspruchsfreie Literatur? Ist die dann auch von Allah? Sind Mathematikbücher dann auch von Allah? Oder sind die Tolkienbücher da auch von Allah zum Beispiel? Okay, das, was hängt an der Frage? An der Frage hängt der gesamte Islam. Was natürlich jetzt insofern schade ist, dass, also für Muslime, dass das damit auch das Ende des Koran und das Ende des Islam ist. Ein weiteres, eigentlich war ja beim letzten Livestream das auch schon zu Ende. Aber manche merken es noch nicht, dass das Ende da ist. Was ist zu erwarten? Ehrlich gesagt, ich erwarte keinerlei Widerspruch. Warum? Zum einen ist da Selbstanspruch so hoch. Zweitens heißt es, dass der Koran deutlich ist. Und in dem Buch, was wirklich deutlich ist, also in dem Buch mit verschwammener Bedeutung, könnte man vielleicht noch Widersprüche oder scheinbare Widersprüche finden. Aber in dem Buch, was deutlich ist, sollte ja dann auch kein Widerspruch sein. Und dann hat ja der Koran noch die Lehre der Abrogation, die ja genau darauf abzielt, Widersprüche aufzulösen. Wenn wir einen Vers aus dem Wortlaut der Offenbarung tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir dafür einen besseren oder einen, der ihm gleich ist. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Also wenn zum Beispiel in manchen Versen steht, dass man Christen gut behandeln soll oder dass Christen okay sind oder sowas, steht das ja natürlich im Widerspruch dazu, dass es andere Verse gibt, die sagt, tötet Juden und Christen. Kämpft mit tödlicher Gewalt gegen Juden und Christen. Suche 9,29. Das widerspricht sich natürlich, aber dann kommt eben die Lehre der Abrogation, die sagt, das, was später geoffenbart wurde, löscht das, was vorher geoffenbart wurde, aus. Und dementsprechend ist es ja praktisch unmöglich, Widersprüche im Koran zu finden. Und wisst ihr, das Verrückte ist, der Koran ist trotzdem voll davon. Die Frage ist natürlich, was ist denn jetzt ein Widerspruch? Also es gibt zum einen interne Widersprüche. Es gibt direkte Widersprüche zweier Aussagen. Es gibt Widersprüche zum Koran an sich, man könnte sagen zum Wesen des Koran. Es gibt Widersprüche in sich, wo eine Aussage in sich schon ein Widerspruch ist. Es gibt Widersprüche zum Selbstanspruch, zu dem, was der Koran eben von sich sagt und so weiter. Es gibt aber auch externe Widersprüche, nämlich Widersprüche erstmal mit Gottes Wort, das der Koran ja unterstützt und bejaht und alles, aber dann trotzdem dagegen redet. Dann B, es gibt Widersprüche mit geschichtlicher Wirklichkeit, wo man sagt, so war es aber nicht. Es gibt Widersprüche mit Wissenschaft, weil hier muss ich ein Fragezeichen setzen oder ein Aber hinschreiben. Aber Wissenschaft muss sich ja immer wieder korrigieren. Darf sie auch, muss sie auch, soll sie auch, ist in Ordnung. Das ist ja das, wie wir Menschen Erkenntnis gewinnen, immer als Stückwerk und teilweise und es muss mal wieder korrigiert werden. Man nähert sich immer mehr dem an, wie es wohl tatsächlich ist vermutlich, aber es ist immer mit einem Fragezeichen dabei, was Wissenschaft angeht. Aber es gibt natürlich Sachen, die ziemlich klar sind. Zum Beispiel ist es ziemlich klar, dass die Sonne nicht im Matsch versinkt. Und da gibt es natürlich Widersprüche zwischen Koran und der Tatsache, dass die Sonne nicht im Matsch versinkt. Dann gibt es Widersprüche mit islamischen Lehren und Meinungen. Also jetzt nicht mit Sachen, die geschrieben stehen, sondern was Muslime meinen. Zum Beispiel viele Muslime meinen tatsächlich, der Islam ist friedlich, weil sie suchen wie 929, 9, 5 und so weiter und die Auslegung dazu nicht gelesen haben. Deshalb meinen sie, ja aber da steht doch noch was von dir, deine Religion, mir, meine Religion und so. Und verschiedene andere Sachen stehen doch da. Das zwischen Lehre und Meinung, zwischen Lehre beziehungsweise Meinung und den Schriften, dem Koran insbesondere. Gibt es natürlich Widersprüche, externe Widersprüche. Es gibt auch Widersprüche zu anderen islamischen Quellen, natürlich zu Haditen und so weiter, zu Tafsir, zu allem, was es schriftlich gibt. Wie streng man den Maßstab, was ein Widerspruch ist, jetzt wirklich anlegt, würde ich abhängig machen von Gesprächspartnern. Wenn da einer ist, der sagt, ja, hier sind zwei unterschiedliche Zahlen in der Bibel, das ist ein Widerspruch, Punkt. Dann würde ich auch sagen, okay, hier sind zwei unterschiedliche Zahlen im Koran, ist ein Widerspruch, Punkt. Wenn jetzt einer sagt, ja, diese Aussage könnte man als Widerspruch verstehen, aber man könnte, ja, ich sehe schon einen, man könnte eine Erklärung dafür finden. Dann würde ich das im Koran ähnlich auch gelten lassen, würde ich sagen, okay, für mich sieht es widersprüchlich aus, aber ich verstehe, was du als Erklärung bringst. Da wäre ich dann auch, also da würde ich sagen, muss man denselben Maßstab anlegen. Der Maßstab, die Stränge, die das Gegenüber an die Bibel legt, die werfe ich gerade zurück an den Koran. Disclaimer, wir können jetzt natürlich nur einen geringen Teil von Widersprüchen aufzeigen, jetzt hier als Beispiele und wir beschäftigen uns auch fast ausschließlich oder weitestgehend mit dem Fall 1a, also interne Widersprüche, wo zwei Aussagen sich direkt widersprechen. Dann muss ich sagen, meine Kenntnisse sind auch sehr begrenzt, auch was Widersprüche angeht, das ist ein großes Feld, da kenne ich zu wenig, um da, ja, wirklich aus, wie soll man sagen, umfassend, da was drüber zu machen. Das ist heute nur ein kleiner Ausschnitt, den ich da angehe und übrigens, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, dass Muslime in den Stream reinkommen und Muslime da den Koran versuchen zu retten, zu verteidigen, dann kann ich natürlich auch viele Sachen nur spontan reagieren, ich kann Sachen, die Muslime sagen, jetzt nicht unbedingt alle nachforschen, da muss ich Muslime dann vielleicht mal sagen, okay, da kann ich nichts dazu sagen, muss ich dir mal so mit in Klammern den Punkt geben, sozusagen. Das ist jetzt natürlich die Chance für Muslime. Das ist eure Chance, heute den Koran versuchen, zumindest in der Frage der Widersprüche zu retten. Wenn das schon ganz offensichtlich ist, dass da menschliche Quellen verwendet wurden und so, das haben wir das letzte Mal mehr als deutlich nachgewiesen, aber zumindest an diesem Punkt vielleicht noch die Ehre des Koran ein bisschen zu retten. Ihr habt die Chance.